Alle Erfurter Fans haben ein richtig geiles Fangeschenke, haben wir uns ausgedacht. Ich und Robin. Ja, ich bin da nicht beteiligt. Könnt ihr euch einfach abholen in Erfurt, das ist ja ganz ganz hier und so. Fame. Hier, holt's euch. Holt's euch ab, holt's euch ab. Schön nass. Und von meinem Fuß. Ja, Kalle gefüßelt. Könnt ihr euch holen. Alles Gute, wir lieben unsere Fans. Wir verteilen Geschenke in den Städten. Ist echt sozial von uns.